Die neuen Duster präsentiert Dacia auf der Vienna Autoshow 2014. Das neue Modell ist außen wie innen überarbeitet worden. Der neue Duster hat jetzt auch das neue Markengesicht von Dacia, ein modernes Design. Und im Innenraum natürlich auch viele Neuigkeiten und dazu zählt beispielsweise auch das Media Nav. Die Preise sind die gleichen geblieben. Der Duster ist der günstigste SUV in seinem Segment. Und mit 11.990 Euro, das ist der Einstiegspreis. Und zwar für das 105 PS starke Basismodell, das serienmäßig über ESP und auch Seitenairbags verfügt. Ab der zweiten Ausstattungsstufe, die bei 12.990 Euro startet, sind etwa Klimaanlage, elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung an Bord. Neu im Programm ist ein 125 PS Benziner mit 6 Liter Normverbrauch. Verbesserte Sitze sowie das umgestaltete Cockpit mit Touchscreen-Monitor und Features wie Tempomat und akustische Einparkhilfe sind ebenfalls neu. Der Duster ist auch als Allradler ab 17.090 Euro erhältlich. Dann geht es um 12.990 Euro erhältlich. Dann geht es um 12.090 Euro, das ist ein 6.090 Euro, das ist das 1.990 Euro. Also geht es um 12.090 Euro, das soll ein 23.090 Euro erhältlich. Vielen Dank.